Musik 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 Ich begrüße euch bei... Ja, der Sold Wir sind doch immer auf der Flucht Wir haben... Er hat das letzte Mal hier aufgehört Warte, jetzt gibt's Aktion 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 Musik 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 Gruppe 3 in Position Sie sind umstellt, ergeben Sie sich, dann wird niemandem etwas passieren Sie wollen er haben Dann sollen sie ihn kriegen Jetzt gibt's Aktion Zeig was du kannst, Aiden Ja Jetzt gibt's Aktion Ich habe eine ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, ja! Es ist vorbei, Agent Hobbs! Zeit zum Aufgeben! Sie töten mich, Aydin! Du musst sie aufhalten! Was zur Hölle ist hier los? Sie sind überall! Hilf mir hier ein! Verdammt, hilf mir hier! Oh, ja! Gelug dich, Lady! Nicht einfach! Oh, ja, doch! Also, diese Lunde ging an euch! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Das ist so gut. Hey. Uh oh. Ja, mich wird sie auf jeden Fall nicht kicken. Haben wir Sicht von Wacken! Position halten! Ich schaffe es! Einen verdammten Krankenwagen! Haltet die Position! Wir können hier nicht einfach nur so rumstehen! Ich will hier nicht drauf gehen! Wir müssen was unternehmen! Oh. Das ist zu weit. Oh. 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 Das ist zu wenig. Die sind einfach zu schnell, das ist alles. Mich wird sie auf jeden Fall nicht kicken. Tu doch endlich was, verdammt nochmal! Oh. 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 Zum Teufel tut sie! Auf Position! Komm Schof, mach die verdammte Tür auf! Spiegel, Schof! Geh! 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 Hmm... Also kannst du auch raus, gell? Tja... Hey, was soll das? Pack die verfluchte Knappe! Ja, klar! Versuch was anderes! Das könnte ein bisschen brainstlich werden, Freunde! Ehrch, zwei... Woha! Ich sagte ja, es könnte etwas brainstlich werden. Was für eine gölle Frucht! Was für eine gölle Frucht! Sagen Sie ihm, Sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen! Denn das nächste Mal... ... werde ich Sie alle umbringen! Komm, Aiden... Ich glaub, Sie haben es kapiert. Oder nicht? Oder auch nicht? Oder auch nicht in Ruhe! ...